Wenn bei uns zum Advent die dritte Kerze brennt, dann heißt es noch mal leinenlos. Eine Woche vor Lametta segeln wir bei Wind und Wetter, Konsel Klömen steht neben mir an Bord. Immer frisch und agil aus dem Winterdomizil, kommt er extra von Übersee daher. Unsere Wettfahrt dient zur Ehre, kreuzt durch alle sieben Meere, zwischen Hamburg und dem Mühlenberger Loch. Konsel Klömen soll leben zum dritten Advent, Konsel Klömen soll leben, wie jeder ihn kennt. Schwarzer Pelt hält ihn warm und der Puddel im Arm, die andere Hand hält Marie. Der Wind bläst von vorn, weitsch mit Schneehagelkorn, die eisige Elbe stromabend. Wie die Hände gefroren sind, gefühllos die Ohren und von Eissapfen hart ist mein Bad. Konsel Klömen soll leben zum dritten Advent, Konsul Klömen soll leben, wie jeder ihn kennt. Schwarzer Pelt hält ihn warm und der Puddel im Arm, die andere Hand hält Marie. Klömen kippt seinen Grock und er tanzt mit dem Rock, mit Marie übers Deck über Bord. Noch ein Schluck hinterher und du siehst ihn nicht mehr, bis zum nächsten Advent bleibt er fort. Konsel Klömen soll leben zum dritten Advent, Konsul Klömen soll leben, wie jeder ihn kennt. Schwarzer Pelt hält ihn warm und der Puddel im Arm, die andere Hand hält Marie. Konsul Klömen soll leben zum dritten Advent, Konsul Klömen soll leben, wie jeder ihn kennt. Schwarzer Pelt hält ihn warm und der Puddel im Arm, die andere Hand hält Marie.